Nur noch 13 Mal schlafen. Toll, dann ist wieder das Kapitalismusfest. Naja, Weihnachten ist schon wichtig für unsere Wirtschaft. Ich backe jetzt Krippenfiguren. Ich hab da so Förmchen für. Und auf dem Weihnachtsmarkt ist alles jetzt doch teurer. Heizt ihr eigentlich schon? Nein. Ich weiß nicht. Ich muss mich irgendwie erstmal aus meiner November-Dunkelheit schälen. Also ich gucke auf jeden Fall jetzt erstmal Weihnachtsfelder. Hast du das in bunt ausgedruckt? Also die Weihnachtsgeschichte ist ja jetzt auch nicht nur schwarz-weiß.